Okay, Rathburn. Ich nähere mich meiner Position. Die Sicht ist lausig. Roger, Omega-Lanzenführung. Es gibt drei Fabriken, die zu neutralisieren sind, aber wir haben keine genauen Standortdaten. Treffen Sie mit Widerstandskämpferin Swiftwind am Navigationspunkt Delta zusammen, Rufname Shepard. Sie wird die Ziele für Sie genau bestimmen können. Roger, Zentrale. Wir treffen Shepard bei Delta zur Zielidentifikation. Rücken aus. Seien Sie vorsichtig, Omega. In dieser Gegend war der Feind in letzter Zeit sehr aktiv. Roger dazu. Nicht gerade eine der landschaftlich schönen Gegenden von Kandaris. Und ich dachte, der Smog of Hephaestus wäre dicht. Ich sehe nicht die Hand vor Augen. Reaktor ist online. Sensoren sind online. Waffensysteme sind online. Alle funktionierenden Systeme im Sollbereich. Omega? Hier spricht Shepard. Hier Omega-Lanzenführung. Habe Stellung bei Navigationspunkt Delta bezogen. Ich weiß, die Sicht ist ziemlich schlecht, aber ich kann sie zu den Zielen führen. Ich habe hier mal gearbeitet. Eine Warnung. Die Ziele sind ziemlich gut befestigt. Nachdem ich sie identifiziert habe, werden sie sie kräftig bombardieren müssen, um sie zu zerstören. Ich denke, wir können genug Feuerkraft aufbringen, um damit fertig zu werden. Roger. Ziel zerstört. Clank entdeckt. Clank entdeckt. Clank entdeckt. Find and inspect. Ziele zerstört. Ziele zerstört. Ziele zerstört. Ziele zerstört. Ziele zerstört. Navigationspunkt Delta erreicht. Warnung an Omega Lanzenführung. Sie verlassen den Missionsbereich. Warnung an Omega Lanzenführung. Sie verlassen den Missionsbereich. Ziele zerstört. 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 Wow! Bin ich froh, dass ihr Jungs auf meiner Seite kennt. Ähm, nehmen wir uns das nächste Ziel vor. Feind entdeckt. Waffe, zerstört! Waffe, zerstört! Ich bin genau nördlich vom zweiten Ziel. Das riesige Gebäude dort. Ich bin außer Reichweite. Ihr könnt schießen, wenn ihr soweit seid. Ziel zerstört! Ziel zerstört! Ziel zerstört! Ziel zerstört! Vielleicht hätte ich doch etwas weiter weg warten sollen. Ich habe noch nie gesehen, wie ein so großes Ziel zerstört wurde. Zwei Ziele sind gefallen. Bleibt noch eins. Also, dann weiter! Woher wäre. ich Feind entdeckt Ziel zerstört Ziel zerstört Ziel zerstört Ziel zerstört Ziel zerstört Finde entdeckt. Finde entdeckt. Finde entdeckt. Ziel zerstört. 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 Da ist das erste Ziel. Das große Gebäude nordöstlich von meiner Position. Das war's. Sie haben es geschafft. Steilers Munitionslager für die gesamte nördliche Halbinsel sind zerstört. Das wird viele Leben retten. Freut mich, dass wir helfen konnten, Shepard. Danke für die Wegweisung. Roger. Omega. Ich mache, dass ich hier rauskomme. Brauchen Sie eine Eskorte? Ähm, negativ. Ich glaube, allein werde ich weniger Aufmerksamkeit auf mich lenken. Danke nochmal. Shepard, Ende. Kann man einer Swiftwind nicht verdenken, dass sie etwas eingeschüchtert ist? Ich habe früher Ziele in einem dieser Dinge ausgemacht. Ich fühle mich hier oben sehr viel besser. Ich habe den Eindruck, sie fühlt sich nicht besonders wohl in der Gesellschaft von Mechs. Zentrale. Hier Omega-Lanzenführung. Einsatz beendet. Hier ist ziemlich viel Smog. Können Sie uns einen Vektor hier rausgeben? Roger Omega. Kehren Sie auf Kurs 250 zurück. Ich werde dem Widerstand melden, dass es im Norden jetzt ein wenig einfacher werden dürfte. Das dürfte den Krieg überall verkürzen. Okay. Danke.